Musik Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in den Leisserbergen zur zweiten kulinarischen Winterwanderung. Ich werde es kurz machen, werde ich nicht aufhalten. Erstens beim Gängebier, dann warm und dann gibt es was zu essen und zu trinken. Freut uns, dass bei dem schönen Wetter wieder so viel gekommen sind zum Winterwandern. So geht's auch schön. Ist für uns der Auftrag, Burgemeister, wir werden sicher dritte anmachen nächstes Jahr. Musik Ja, herzlich willkommen, meine geschätzten Damen und Herren, liebe Jugend, verehrte Freunde der Leisserberge. Ich darf mich im Namen der Marktgemeinde Ernst Thron hier in der Region Leisserberge am Fuße der Aussichtswarte Oberleiß begrüßen. Bedanken möchte ich mich auch bei den Pfadfinder, beim Leiter der Erlebnisweltbahn für die Sonderfahrt, sowie bei allen Direktvermarktern und Winzern für diese zweite Winterwanderung und darf sie eröffnen. Danke. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.